Servus Freunde, genau wie einige von euch mag auch ich Apple, insbesondere das iPhone. Das ist nämlich meine Hauptkamera, aber mir ist heute etwas aufgefallen, beziehungsweise wurde ich darauf hingewiesen und zwar Apple geht ziemlich mies vor mit ihrer Werbung, denn wer ein iPhone 12 oder neuer hat, der wird es wissen, die iPhones können in Dolby Vision aufnehmen mit 4K, 60 Frames per Second, also 60 Bilder pro Sekunde. Aber Apple bewirbt auf ihrer eigenen Seite, dass nur das 16er bzw. 16er Pro das kann. Bei den anderen haben sie den Text Dolby Vision einfach weggelassen. Wenn jetzt einer, der die iPhones gar nicht kennt, auf die Apple-Seite geht, und angenommen, er mag Dolby Vision, er versteht, was ist Dolby Vision? High Dynamic Range, was weiß ich, der kennt sich damit aus. Dann guckt er sich an und denkt sich, das gibt es ja gar nicht. Ende 2024 und Apple hat das erste iPhone mit Dolby Vision. Dann muss ich ja das 16er nehmen, ist ja klar. Und auf der Seite, ich habe es mir einfach angeguckt, das 14er Pro, das 13er Pro, die können es nicht. Und ja, bis vor wenigen Tagen hatte ich noch das 13er Pro und auch ich habe gerne für privat in Dolby Vision aufgenommen. Das ist, finde ich, ein bisschen link oder wie würdet ihr sagen, lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Wie seht ihr das? Wie fair ist das? Alle, die sich mit iPhones auskennen, naja, egal, die wissen es. Gerade diejenigen, die eben so ein Gerät haben, das Dolby Vision unterstützt, aber nicht jeder hat es, nicht jeder weiß es. Und da heißt es, jawohl, guck mal das, wir haben mit dem 16er ein Feature mehr. So kommt es jetzt rüber. Wir haben ein Feature mehr. Nicht nur den Superknopf, den ich selber kaum benutze, sondern wir haben auch Dolby Vision im 16er und 16er Pro. Das ist wirklich der Knaller. Naja, ich habe es euch gezeigt. Ich blende es nochmal ein. Jetzt, damit ihr sehen könnt, 16er Pro, 14er Pro, 13er Pro. Aber ich habe auch, wie gesagt, beim 13er Pro nochmal selbst nachgeguckt. Und genau der Text, der sagt auch aus, dass Dolby Vision verfügbar ist. Ganz klar in den Einstellungen drin. Nun, gut, meine Liebsten. Das war es. Ihr könnt ihr euch auslassen in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Ansonsten war das nur ein netter Hinweis von mir. Ich habe nichts gegen Apple. Ich mag Apple. Ich kaufe immer Apple. Aber naja, das ist doch schon ein bisschen. Muss nicht sein. Die haben es doch nicht nötig. Haut rein. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Woitek.